So Leute, willkommen... Oh mir wird schlecht. Willkommen zurück zu GTA Online! Hey! Hey! Guten Tag! Ja, ja genau! Oh Gott! Och Maaan! Richtig so! Das ist Genuss pur! Genuss pur einfach nur! Ich liebe diese Stelle hier mit dem Damm, ich liebe es einfach! Geh dich ersäufen, das liebe ich! Lester, ich hab Zugriff auf den Luftverkehrs, blablabla! Dann gehen wir uns ersäufen! Die landet man! Nimm Peter gleich mit! Mit F! Meinst du so hier? Die müssten mal ein bisschen durchplanen! Anschlag auf Peters Haus! Ja! Ich lieg hinter ner Pfostenlaternenlampen... Ja! Ah! Da war zu viel vor meinem Haus, ich hab aufgeräumt! Peter! Peter! Bist du ein... Ja hallo! Der packt meine ganze Einfahrt voll! Was stimmt nicht mit dem? Wieso darf ich nicht hier rein? Er paart mit nicht betrieben wegen Bullerei! Ist das dein Ernst? Ich hab einen fucking Stern, deshalb darf ich nicht nach Hause gehen! Komm mal auf den Dach von deinen Nachbarn! Meine Nachbarn haben ein Dach! Ah! Ich werd ins Haus rein geknallt! Meine Einfahrt brennt! Warum nur? Ich sag's dir, Isaac! Wenn das Schaden an der Hausfassade gibt, dann stell ich dir in Rechnung! Mhm! Sag ich nicht! Kann ich eigentlich? Nein! Nee, du kannst nicht viel! So! Glaub mir könnte man, dann hätte ich schon! Oh! Erstmal hier einen genädigen! Ich muss meine Versicherung anrufen! Versicherung! Ich will Betrug begehen! Okay! Falsches Haus, oder? So! Wer von euch will mitmachen? Ich möchte gerne mitmachen! Äh, Moment! Ich darf schon! Ich darf schon! Ach man, dieses scheiß Verhandlungslevelgepratze! Ach, der blinkt aber schon! Da geb ich jetzt kein Geld aus! Seh ich gar nicht ein! Was haben wir denn hier Schönes? Fetten PC und Laptop daneben! Auch schön! Wo ist der PC hin? Ich hab hier nur hässliche Bildschirme! Einfach mal kein PC dazu, auch geil! Ich hab nur nichts gemacht! Ich hab nichts gemacht! Ich hab auch nichts! Oh, wie dauert das jetzt? Ah! Jetzt sind sie ja doch! So! Äh, was haben wir denn jetzt? Oh! Wir haben zwei Sachen! EMP abliefern oder Valkyre! Was willst du? Mach, äh, EMP abliefern! Und du hast recht! Bam! In dein Face! Genau das! Ich bin voll am verrecken! Da machen wir jetzt die schwierigste Mission, finde ich! Welche? Das ist ja viel schwieriger hier! Einschleichen! Ha! Gedreckt! Also die wir mit Nader gemacht haben! Genau! Ich will mich auch irgendwo reinschleichen! Dann rufe ich Überraschung! Den bräuchten wir jetzt! Peter! Du bist der Knabe, der ein Insurgent fährt! Dich brauche! Nein! Den brauchen wir! Du musst nichts machen! Mann! Immer muss man auf die anderen warten! Äh, doch! Da hab ich was machen! Oh! Alter! Lass mich mal kurz überlegen! Wie haben wir das gemacht? Also wir haben die Typen vorne weggemacht! Dann sind wir durch! Dann haben wir den Typen da! Der da schaffend weggemacht! Dann haben wir den Insurgent noch weggemacht! Dann hab ich den durchgerannt! Dann ist der Insurgent hingefahren! Dann haben wir die vorne weggemacht! Dafür brauchten wir drei Leute! Das wäre der schwierigste Teil! Und dann war es eigentlich ungeschafft! Also ich spiel jetzt einfach! Oh Gott! Das werden wir nicht schaffen mit dem! Äh doch! Ich hab vollstes Vertrauen, Peter! Oh Leute! Das ist GTA! Hm! Wo sind wir da noch nicht her? Ihr könnt auch einfach bestätigen und gut ist! Ich will ne andere Maske! Meine Fresse! Äh! Äh! Alle die nicht bereit sind sind Depp! Geht doch! Hätte ich das mal eher gesagt! Das war eigentlich nur Zufall! Deine Zeugung auch! Mein Auto! Ich will das blaue! Komm rein! Das ist meins! Der fährt bei mir mit! Der Shay! Ich grüß dich! Nimm meinen Jugo, Dev! Kannst du mal, kannst du mal, kannst du mal markieren? Ja, ja! Mach ich! Ich weiß nämlich nicht wohin! Ich fahr jetzt hier einfach mal nach rechts! Jo, das passt sogar! Na das ist doch schön! Ja? So fahren wir jetzt erstmal zu nem Sammelpunkt oder muss ich auf was achten? Wir fahren erstmal zum Sammelpunkt, holen den Insertchen ab, den wir geklaut haben, auf den Steinbruch! Oh Gott! Und danach fahren wir nach Human Labs! Es regnet! Äh, Shay! Du weißt doch noch ungefähr wie es läuft, oder? Ja, ja! Dann lass uns die Typen erstmal wegkippen! Wir machen! Wer sie? Ja? Weißt du Bescheid! Ich hab ja genannte Sniper-Astel-Peter, oder? Was hab ich? Die schallgedämpfte Sniper? Ich liebe die Sniper! Ob die schallgedämpfte ist, weiß ich jetzt grad nicht ausm Kopf! Muss ich nachher mal gucken! Tut mir so leid! Auch ein... Der kostet irgendwie... Ich hab auf jeden Fall die Ketten-Sniper! Ob die gedämpfte ist, weiß ich grad nicht! Ja, die kann man nicht schalldämpfen, leider! Dann weiß ich nicht, ob meine andere gedämpft ist! Oh oh! Keine Sorge! Der ist gepanzert! Der hat nur ein paar Kratzer! Kostet... Kostet ein 7! Neuer Lack kostet nicht viel! Das ist so ein Blau-Crazy! Das gefällt mir! Äh... Das ist von Crazy, sag das doch! Hab ich doch! Vielleicht erstmal Off-Roast! Quer für einen! Ich will den Dreck in den Reifen festfahren! Zu spät! Nicht zu spät, das war nur ein bisschen... nicht geplant! Oh! Oh! Shay, hast du dich angeschneilt? Haha! Shay, schneid dich an! Ja! Bitte! Oh oh! Ich bin wieder hier hoch! Ah! Zauberbusch! Ja, ja! So halten die so viel aus! Keine Ahnung! Das ist die Intim-Behaarung Gottes wahrscheinlich! Nee! Ey, diese Motorhaube, kann die mal abgehen? Die geht mir grad auf die Nerven! Dann gehst du die noch fest drauf! Ah! Zauberbusch! Na nicht du! Achso! Nicht du! Mir ist langweilig! Ich glaub ich steig jetzt aus! Das Arschloch! Haha! Was ist denn da schon wieder los? Ich hör nur so ein ganz leises blödes Arschloch! Oh, Drift! Ne, jetzt immer so... Schöner Drift! Mann! Ah! Ich hab gesagt... Oh oh! Das hält das Auto aus! Also pass auf jetzt! Achso! Guck mal hier ist ein Jeep! Sag doch das hält das Auto aus! Ja das ist... Gute Quali... Jetzt die Motorhaube! Yep! Ich seh nichts! Ich seh nichts! Da vorne sind Rückleuchten! Wenn du nachts auch immer Sonnenbrillen tragen musst! Oh! 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 Isaac kommt mit seiner Bierbauchlache! Wow! Ey, Isaac kennst du noch von früher Fleischmann TV! Ich glaub das bist du! Nein, Isaac steck die Banade weg! Ich steck das weg! Sofort! Ey, wo bin ich schon wieder? Ich verfiel die Straßen immer! Ich weiß nicht warum! Die Straßen? Isaac, es tut mir so leid! Isaac hast du grad gesagt auf meiner Mutter? Nee! Steck das Ding weg! Danke! Es will keiner sehen! Es ist komisch! Es ist schief! Es ist krumm und es eitert! Eiii! Oh Mann, Alter! Jetzt hab ich Hunger bekommen! What?! Das ist ne Banane! Der steht auf Eiter! Wenn ich mal ne Entzündung hab, so ne richtig Eitri, dann kommt der immer vorbei und zutscht mir die Blase aus! Oh Mann, ihr seht doch... Das benutzt der... Das benutzen die im Kino immer als Käse-Dip für die Nachos! Oh Mann, Tracy! Ich zieh den Pin sogar freiwillig! Nein, du ziehst ja nix! Außer die schlimmer aus! Ich will die sehen! Ich will an der Bremsspur riechen! Ist da! Ich bin auch da! Oh, Tracy irgendwas ist mit deinem Auto unterwegs passiert! Ich weiß nicht genau was! Ich kann dir nachher die 5 Orte aufschreiben an denen Teile von der Motorhaube liegen! So! Nicht losfahren! Ach halt, warte noch mal kurz! Warte noch mal kurz! Halt kurz an! Halt kurz an! Halt doch mal kurz an jetzt bitte! Der muss nicht angeschneit sein! Der muss nicht angeschneit sein! Ich will doch nur mal gucken, ob ich einen Schalldämpfer hab, du Held! Äh... Och Maaann! Das tut mir nix! Ja, ganz toll! Rüstung weg! Klasse! Hier hab ich einen Schalldämpfer drauf! Was willst du denn? Hast du einen? Aber nicht auf den Schafi! Nein, traust du erstmal auch nicht! Okay! Wenn du willst, dann kannst du den Entsetzen fahren! Dann! Ja, da musst du einen Entsetzen fahren! Das ist der einfachste! Weißt du, Shay, wenn ich jemals einen Freund wie dich brauch, dann geh ich in die Hocke, zieh mir die Hose aus und scheiß einen aus! So! Der wusste jetzt! Du Hurensohn! Da freut er sich wieder! Geh weg! Highway to the danger zone! Als ob das wiederkommt! Mach's Radian! Nee, ich hab' den Obo! Mir ist so langweilig! Wir wissen alle, dass du Würfen am Ohr hast! Hier ist kein Radio in dem Wagen! Boah, letztens hatte der auch ein Spinner im Ohr! Das ist dann geschlüpft, sonst hätte er das gar nicht mitgekriegt! Boah! Oh, es gibt auch ein Radio! Weißt du, bin ich mit dem Isaac so auf einer Headbanging Metal-Party! Und auf einmal fliegen mir Spidermans um die Ohren! SCHNELLER! Mir ist immer langweilig, wenn mir langweilig ist! Ich ging ne Wand fahren! Das ist so ein, so ein... Oh! Wer fährt? Endloser Kreis! Ich immer noch du Lappen, man! War ja wieder klar! So langweiliger wird's! So langweiliger wird's! Das ist immer so beim Fahren! Peter kann nicht fahren! Und dann macht der so ne Scheiße! Peter kann dies nicht! Peter kann das nicht! Und dann versaut der so ein richtiger Lappen, der denkt, er könnte was! Und dann kann der gar nichts! GTA ist wie Fallfragen! Mann, halt deinen Maul! Ich hab auch ewig nicht mehr GTA gespielt! Seit der letzten Aufnahme nicht! Und ich baue nicht so ne Scheiße wie du, Affe! Haha! Guck dir mal meinen Aufbau an! Donkey Kong! Ich hab ne Frage! Ich hab ne Frage! Ich hab das Offroad getestet! Du hast ne Frage? Frag los! Oh Gott! Glaub ich dir! Es ist ne Scheißfrage, zieh den PIN! Ich zieh den PIN! Ich zieh den PIN! Welche Zeit? Hier ist keine Zeit! Drücken Sie! Äh... Feiltas nach oben! Schau uns auf Ihr Handy! Dann sehen Sie eine Zeit! Ja, wir haben 2 Uhr 5! Ja! Beobachter-Handy jetzt ne ganze Stunde in Relife! Bin ich behindert? Konzentration! Als ob... Was der Schema für unsinnige Infos hat! Konzentration! Haben wir gar nicht zugehört! Oh Gott! Weißt du! Der ist gegen den Stein! Das ist echt so! Solche Leute hasse ich! Wie oft der mir sagt, dass ich für nix Skill hab! Und selber! Ja! Zoll sei oft! Jede Minute! Bin's mal! Du sollst dir mal das GTA Let's Play ordentlich angucken! In jeder zweiten Folge meckerst du an irgendwas rum! Stop! Du kannst einfach überhaupt nichts! Nö! Schön die Maske aufsetzen! Okay! Ich hab aber kein G... Achso! Da kommt... Der Isaac vorne abgeht! Ah! Ich bin... Ich seh plötzlich Kamera aus Angst! Okay! Hier vorne weißt du jetzt wie es läuft! Ja! Ich nehm den der hier raucht! Ja! Ich nehm den der da hinten läuft! Hast du was gegen Rauchen? Jetzt die nächste Kamera! Äh! Dann mach ich den der da oben steht! Siehst du ja oder? Ja! Die nächste Kamera! Dann laufen wir... Die ist erstmal noch nicht wichtig! Dann laufen wir da hinten beim Hinterhof lang! Ja! Das ist so die letzte Mal! Genau! Ich versteck das Auto! Nein! Du sollst es nicht verstecken! Du sollst mitfahren! Ja! Aber da kommt doch vorher die Patrouille raus! Ja! Genau deswegen müssen wir schnell sein! Ja! Deshalb will ich ja das Auto verstecken! Alter! Wir haben das alles schon mal gemacht! Vertrau uns doch einfach mal! Ja! Dir vertraue ich nicht! So! Hab mein Antisiert! Hey! Ob das jetzt zu schlimm ist! Wenn ich einfach zwei Meter hier hinfahre! Klappen! Drei! Zwei! Eins! Los! Ja ja! So! Los! Los! Ja! Ja! Der Typ ist schon getriggert glaube ich oder? Weiß es nicht! Auf uns! Auf crazy Zeichen oder so kannst du da reinfahren! Okay! Auf crazy Zeichen oder so! Ich warte einfach bis irgendwas passiert was wie ein Zeichen da aussieht! Jetzt! Los! Jetzt kannst du fahren! Da kommt ne Patrouille! Fahrt zum Park Blaustos! Da kommt ein Auto! Äh! Wollange denn? Kann ich die Schranke? Ich mach die Schranke einfach kaputt! Ja! Merkt eh! Perfekt! Ich park rein! Gut! Ihr wartet hier! Shay kommt mit! Den muss ich noch mal korrigieren! Ich komm auch mit! Ein Isaac! Du musst da unten bleiben! Halt deinen Maul! Wartet! Wartet! Wie die so tun als braucht man für das Spiel auf die Tour! Wie handelt? Komm mit! Hallo! Willst du mitfahren? Es ist da hinter mir! Ich komm mit! Ich steig ein! Da drin ist wenigstens nicht nass! Bin wieder bei dem an die andere Maul! Sei du du hast noch im Sitz gepist! Drück mal G! Du längst dich rechts! Angeschön! Okay! Hast du ein Zeichen? Du hast keine Maske auf! Drei! 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 Los! Verkackt! Moment! Ich muss den Typen dahinten! Jetzt brauchen wir Isaac! Ja ich muss wieder zurück! Ihr braucht mich! Moment! Die brauchen alle vier! Merke ich gerade! Ja! Ja! Wir suchen hier erstmal nachholen! Warte! Warte! Ja gut gemacht! Blöde! Warte mal Moment! Die Typen sind aufmerksam geworden! Aber warum? Weil so eine Leiche gesehen oben! Hallo Isaac! Feuug dir mir! Ohne Auto! Ja ne! Einer muss auch noch hinkommen! Ja jetzt habe ich voll verstanden was ich machen soll! Helden! Das Auto kannst du hier hinfahren! Zu spät! Ich bin schon unterwegs! Zu spät! Okay egal! Ich bin jetzt so crazy! Was soll ich denn tun? Erstmal rein stehen! Dass ihr die beiden Typen in Sicht habt! Ah! Die Kittelmänner! Moment! Ich muss jetzt mal hin! Ich laufe mal zum eisig! Welche Typen? Ich brauche ich ganz links stehen! Die Wissenschaftler! Die stehen da irgendwo an einem Auto oder so! Hä? Wo ist der einzig lange Rand? WTF? Bist du außen oder innen? Ich bin drin! Aber hier ist doch Zaun! Ja drin! Drinnen bin ich! Ja! Wieso hast du gesagt... Oh! Wieso ist die Schranke gespawnt? Wir machen... Hast du was mit Schalli ja? Wir machen... Wir haben Zeit! Ich müsste Schalldämpfer ja! Da an dem Auto! Ja! Nimm einfach den linken der steht! Ich nehm den der kniet! Okay! Ich mach den rechten! Aber noch nicht schießen! Wir müssen erst mal... Wir müssen schafft er jetzt oder? Habt ihr euch abgesprochen wer wen macht? Ja! Okay! Drei! Zwei! Eins! Ich hab jemand getötet! Alles gut! Alles gut! Ich kann damit nicht leben! Wo ist mein Auto? Ja! Ich mach den linken Wissenschaftler wie den rechten Soldatentypen! Warte mal! Ich muss einfach... Kann ich mit dem Auto schon weiter vorfahren? Drei! Zwei! Eins! Los! Wundervoll! So! Jetzt warte! Noch nicht einer! Da oben ist noch einer! Dort wo ihr vor uns standet! Okay! Oh! Das ist der Typ der sich wieder pausenlos bewegt! Da muss ich jetzt wieder aufpassen, Alter! Nö! Ich mach ihn nochmal weg! Ah lol! Weil es ist ja auch so schwer als jemanden zu kriegen, der normal läuft! Halt doch einfach mal den Maul, ganz ehrlich! Weißig! Hast du den gesehen? Der war da hinter der Mauer! Der geht mir echt auf den Sack heute! Ich hab seinen Kopf zwischen zwei Rohren gesehen und hab durchgeschossen! Da waren zwei Bohren, Leute! Ja, ich war auch da! Ich kann gar nicht so schlecht! Darf ich rein, die? Darf ich nicht! Warte! Du musst mal knacken, Shay! Echte Garage! Du musst knacken! Gib Gas jetzt! Wo hast dein Fass liegen dann? Mach schneller! Ich geh hoch! Okay! Chill, du mach! Mein Essen wird kalt! Ich geh rein! Ich geh rein! Du kannst gut klettern! Ja, ne? Das ist das Krieg gespielt! So! Ich bin weg! Lassen wir uns hinten einsteigen! Wieso darf ich nicht hinten rein? Okay, warte, ich geh raus! Dann geh du hinten rein! Ich will nicht da vorne sitzen! Alle drin irgendwie! Peter noch! Ja! Du fährst du gerade, ne? Ja! Ich sitz in der Ego feste! Denk dran! Ich hab ne Granate! Ich zieh die! Alter, mach sie weg! Weil es kommen gleich so ne Typen, die müssen da unauffällig sein! Ich bin nur unauffällig genug! Das ist ein Ei! Das ist ein hart gekochtes russisches Ei! Alter, die Bremsen von der Schiengang sind echt Bombe! Das ist aber auch noch nicht auffällig! Das ist aber auch noch nicht auffällig, ne? Von wegen, die ganze scheiß Alarm ist an und wir sind die einzigen die rausfahren! Und die Schranke noch mitnehmen! Jetzt kommen uns gleich welche entgegen! Hallo Collision! Was geht? Und dann wiegst du mit der Granate! Alles gut! Moin! Na guten Tag! Hallo! Seid ganz schön zu spät, hört mal! Ich bin schon weg! Diese Maske gehört zur Vertrags-Arbeits-Kleidung-Scheiße! Das ist Uniform! Ja, also! Da sind rote Lichter, ich will zurück und die streichen! Aha, Isaac, du Lappen! Ich habe doch gar nichts gemacht! O'Shea! Du bist mal Gold! Nice! Ein richtiger Gold-Keks! Da freut er sich! Walkyrie oder Walkyrie oder was auch immer! Ja, Level Up! Warte auf Spieler, steht er! Bei mir nicht mehr! Ich will Ball spielen! Ich will das gelbe Auto kaputt machen! Ich will auch Ball spielen! Äh, ich will mein Haus markieren! Wo wohne ich! Ball weg! Auch so weit weg gar nicht! Es sind nur 73.000 Quadratkilometer! Guck mal, der Ball rollt! Der Ball rollt! Der Ball rollt! Der Ball rollt! Aber zum Flughafen von Senni Schoß und hol dir dort ein Flugzeug zu fliegen! Ob ich jetzt mit dem Flugzeug fliegen will? Aua! Nimm mich mit! Wer? Wer ist ich? Irgendwer von euch! Ah! Komm! Hey, Mann! Ich will mein Auto! Ah! Es tut mir so leid! Mann, ey! So! Ich bleib einfach hier! Ich steh einfach! Okay, los! Kannst du den nächsten Job über Handy annehmen? Kann ich schon, aber will ich das? Ach so, ja, ich versteh, Peter! Ich versteh! Ich versteh! Ey! Es geht Panzer-Duel-Lappen! Ich fahr auch ganz gerne durch die Gegend aus! Ich bin auch ein Panzer-Duel-Lappen! Boah, die anderen Spielern müssen jetzt, denke ich, ich bin voll der Mega-Lappen, weil ich bin Level 100, hab einfach meine ganzen Skills noch auf Low! Wer war das? Und ich hab einen Stern! Crazy, warum? Ich hab gar nichts gemacht, was willst du? Da war's Isaac-Deech! Alter, hört mal auf! Ja! Ja! Was geht schon wieder ab? Ich bleib gerade nach innen! Oliva, was hast du getan? Also du bist der Spaß, ey! Oliva-Stochon-Shiche! Ich habe Angst! Der eine war echt ein bisschen zu knapp, Isaac! Alter! Wieso ist ja so langsam! Ei, Isaac! Hast den Scheiß! Ja, leck dich durch die Gegend, tu Asi! Ich hab Fahrenskill bekommen und ich bin voll auf der falschen Spur, kam ich hier noch lang? Stimmt, oder? Ja, ja! Passt! Asi! Moin Crazy! Danke, Civi! Das ist schade, dass wir aber in der CIO sind nicht, komm ich geh raus! Machen die! Wieso sind die so schnell? Weil ich Auto fahren kann, was man mir unterstellt, dass ich's nicht könnte! Alter! Alter! Dieser habe ich einen Muscle-Car genommen! Weil du auf Muskeln stehst! Boah! Ich mein, der Digo Deft, der... Oh, warte mal! Hat zwar ganz schön was drauf, aber... Leg die Bombe weg! Ich versuch Sterne loszukriegen! Haha! Flup weg ist in die Hand! Haha! Hallo! Ach man, ihr seid solche Helden! Shay, du bist so ein Arschgesicht! Krall dir Shay, ganz ehrlich! Den Wichser machen wir platt! Ich wär den Stern fast losgewonnen, du Arsch! Und du schubst mich in die Dreckskopf, du Wichser! Ich war... Ich war... Das musste sein, Tee, da ist sorry! Ich hab echt grad so keinen Bock mehr! Ich bin nur noch von Arschlöchern umgeben! Mach ihn weg, mach ihn weg! Günstige Gelegenheit! Nein! Wieso lebt der noch, Pluto? Isaac, wieso? Weil du ein Arschloch bist! Der Schneider hat gesagt, dass du schön bist! Kannst du Lester inzwischen mal informieren? Ja, mach ich! Lester, Lester! Du bist ein guter Kerl, Oli! Von dir brauch ich noch zwei! Bist du ein Arschbeter? Achtung, Kopf von vorne, nicht ran! Nicht ran! Oh, keine Sterne! Ey, was will der Lamar jetzt? Weißt du, ich fahr um ne Kurve und der sagt von vorne, ich bin mitten in der Kurve und weiß einfach nicht, wo vorne sein soll! Es geht schon! Es geht schon! Es geht schon! Nein, nein! Weißt du, ich fahr so und der vorne! Wo ist vorne, wenn ich mitten in der Kurve bin? Oh, nee! Ja, verdammt, da wollte ich wieder! Nein! Warte mal schnell! Ich such F, ich find's aber nicht! Geparkt! 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 da komme ich ins schwitzen du mit nahen freunden kommen so freunde für heute ist wieder schluss wir sehen uns beim nächsten mal wieder macht's gut eine vorbereitung steht noch an wenn ich es richtig gesehen habe und dann gehen wir auch schon an den überfall ran ich will ganz viel kohle sehen macht's gut bis zum nächsten mal